Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Von Essex möchte ich euch jetzt den Gel Cumulus 14 vorstellen. Noch leichter, noch dynamischer und damit noch überzeugender, so umschreibt Essex das 14. Update für seinen erfolgreichsten Neutralschuh der letzten Jahre. Und das trifft den Kern ganz gut. Die Mittelsohle ist etwas flacher ausgerichtet, dadurch erhält der Läufer ein direkteres Bodengefühl und das Schuhgewicht wird reduziert. Die Außensohlenstruktur mit der langgezogenen Guidance Line vermittelt dem Läufer ein sehr flexibles Laufgefühl. Die Soulight Zwischensohle sorgt in Verbindung mit der Essex-Geldämpfung im Fersen- und im Vorfußbereich für das typisch sanfte Essex-Laufgefühl. Dadurch leuchtet es sich auch auf harten Untergründen wie zum Beispiel Asphalt sehr angenehm. Wie immer beim Cumulus ist auch die Passform ein echter Pluspunkt. Das liegt unter anderem an der individuellen Schnürung. Einzelne abgesetzte Ösen passen sich hier dem Fuß an. Das weiche Mesh-Gewebe wurde im Vorfußbereich noch einmal optimiert. Es ist leichter geworden und macht den Schuh dadurch im Vorfuß flexibler. Den Cumulus gibt es übrigens noch in einer Gore-Tex-Variante mit wasserdichtem Obermaterial. Der Essex Gel Cumulus 14 kann auch schnell dein Lieblingsschuh werden, wenn du leichter bis mittelschwerer Neutralläufer bist und einen tollen Allround-Schuh für verschiedene Streckenlängen suchst. Und er ist natürlich in allen Runners Point Filialen erhältlich oder du bestellst ihn gleich hier im Shop unter www.runnerspoint.com.